So, da sind wir auch schon wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Wir hatten einen kleinen Disconnect vom Server, aber es funktioniert wieder alles. Mach es ein Traitor? Ja sowieso, instant. Das ist jetzt alles Traitor. Was ist das hier für ein Krankenhaus? Psychoscheiß. Das ist kein Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus. Das ist ein Chaser, okay. Das ist ein Vector. Oh, hier gibt's aber, alter, hier gibt's ja jede Menge Munition. Also wer hier keine Waffe findet, da weiß ich auch nicht. Hier wird schon geschossen. Boah, ich hab noch gar nichts gefunden. Boah, meinst du was, 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 was? Hier gibt's einen riesen Waffenraum. Na toll, wo ist der Waffenraum? Hier gibt's einen Assi-Mob. Ist ja voll Assi, du. Und da ist der Assi hier. Was soll das hier sein? Ist das Tron oder was? Geh mal hinter Havaka hinterher, obwohl das gibt's gar nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Tron. Ja, ich weiß es nicht genau. Wie hieß die Havaka? Taser. Taser, okay. Und schon innocent, verdammt nochmal. Detective. Detective? Klar. Ah, schade, wir sind doch klar. Der Fehler ist Traitor, der ist Detective. Ja, das ist klar. Hier hab ich doch leider ein paar Ladeführer, schade. Impera ist es nicht. Der hat mich nicht abgeschossen, als ich auf K war und mir Waffen eingekauft hab auf dem Traitor Shop. Alter, hier ist voll die Schaltzentrale. Magis hat gerade geschossen, der ist Traitor. Was ist denn die Vector? Forrest? Das ist ne Waffe. Ich bin innocent. Ich glaub ihr Magis ist es. Ihr traut so nötig zu schlöffen. Forrest, du hattest keine Waffe in der Hand. Und bist auf dem selben Punkt ungefähr fünf Sekunden gestanden. Ich hab Waffen gewechselt. Ja, 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 ja. Ich hab so recht, was die Vector ist. Die ist auch schon wieder riesig groß, die Map, ey. Also dieser eine Kontrollraum, wo die ganzen Kontrollelemente sind, die kann man überhaupt nicht bedienen. Nee, kann man nicht, kann man nicht. Richtig. Dann kann ich hier jetzt mal schießen. Für Treppenhäuser hat das Ding hier. Die ist langt am Leiden mit der Grover. Hau ab, lass mich. Au, Haba. Haba. Warum Haba? Achso. Impera? So. Haba killed by Magis, ne? Oh, cool. Ist hier einfach mal gar keinen. Ich hab bis jetzt nur einen Kai getroffen. Der Nox ist tot, irresult. Der Failer ist hier. Hier wurde jemand getötet. Wo ist hier jemand? Irgendwo ist hier jemand getötet worden mit einer Shotgun? Hier, es liegt auch jemand. Hier ist er, hier ist er. Megis ist tot. Ist auch innocent. Emperor ist tot. Emperor ist tot, dann ist es... Also, der andere, der noch innocent von euch vier ist, traut nicht den anderen. Oh mein Gott! Oh fuck? Oh Gott. Alles klar, Fehler ist es. Er ist bei mir. Fehler ist es. Fehler hat gerade auf mich geschossen, der hat da unten die zwei umgebracht. Jaja, ist gut jetzt. Nee, ich hab's gesehen. Geht drauf. So. Nein, Fehler, du beschuldigst mich und du bist selber Traitor? Ja. Das ist fies. Ah, okay, alles klar. Nee, weil ich hatte erst den Fehler in Verdacht, weil er so bei dir da unten war. Strategie. Ja, der war auch da, aber es war letzten Endes der Hover. Ah, okay. Und jetzt im Moment soll er aussehen, als wäre ich im Traitor-Shop. Warte, einen Moment, bitte. Ja, aber in 13 Sekunden noch. Das ist eigentlich nicht wahr. Ach, warum ist das OBS-Bild jetzt halt über deinen Camps? Ich brauche meine Emma und meine Forrest sonst. Tja. Ich bin's fickrig. Ich bin wieder innocent. Ich bin innocent. Feier, 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 Feier. Faito, Feier, Feier, Feier. Hat's wieder ein Traitor-Abo? Nein, 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 nein. Hau, 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 hau! Alter, ich häng den ja an dem Scheiß-Tisch fest! So jetzt geil. Eins misgew bir ca. Okay, gut. Du hast wieder ein Traitor-Abo? Ich mag das schon. Ich spüre das. Ich spreche ich ja als der Angus. spüre ich die gesehen, bis eh. Angus ist gefährlich. Du stimmt's nicht, und ich, ich mein immer gefährlich. Hメ fis ein bisschen heiß. Mh. Was ist hinter mir? Was? Wo bin ich hinter dir? Ich bin vor dir. Ja, der war aber eben auch neben dir. Und der Amo da schon wieder weggelegt. Kai ist hier? Der Hava vor mir. Hä? Kann ich sein. Hier ist der Magus. Der, da hat der, der Fehler, der hat eine Granate geschmissen. Wow. Wer hat denn hier gerade... Ey, wer war denn das? Was soll ich? Es war aber nur eine, es war aber nur eine Dingstigung. Wie heißt die denn? Das ist Kompulator. Ja, danke. Diese komische. Was soll, Angus sagt? Oh mein Gott. Angus sagt, Fehler, hat eine Granate geschmissen. Und dann der Kai direkt. Wer war das? Angus. Achso, okay, hab ich nicht gehört. Ganz am Anfang der Map hab ich das gesagt. Angus? Was denn? Das war ein bisschen sehr auffällig. Du hättest mich auch erschießen können. Du darfst an dir vorbei, du drehst dich rum und rennst mir mit der Pumpe hinterher. Ja, warum wohl? Weil ich weiß, wenn ich an dir vorbei renne, drehst du dich gern mal um. Ist schon ein paar Mal so gewesen. Ja, das stimmt allerdings. Oh, wer ist denn hier tot? Äh, zur Info. Ähm, Emperor und Forrest haben sich jetzt ungefähr zwei Sekunden angeschaut und haben nicht den Namen gesagt. Also, sie könnten beide Traitor sein. Ja. Also bin ich auf jeden Fall, dann ist der Kai Traitor. Oh mein Gott, Angus, Angus, Angus schießt, Angus schießt, Angus schießt, Angus schießt, Angus schießt. Haben. Ja, Angus war's. Ich bin Proven. Wo ist der denn? Ich seh den irgendwo. Der ist im Waffen-Room. Ja, ich hab ihn grad eben gekillt. Also, Angus und ich sind Proven. Das ist völliger Bullshit. Was? Das kannst du, du kannst auch, äh, den Fehler töten, wenn er eh schon entlarvt wurde, quasi. Ja. Um, um sich sicher zu geben, dass, wegen, also, da, dass du wirklich dich nicht drauf verlassen. Aber, mmmm, der, 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 der Noxen ist tot, der Noxen ist tot. Der hab ich doch gerade gesagt. Achso, sorry, hab ich nicht mitbekommen. Von wem wurde der erschossen? Da hab ich nicht rausgefunden. Boah, ich muss pinkeln, das gibt's doch nicht. Wo ist denn... Wo ist denn der... Äh? Warum häng ich hier, scheiß... Ihr seid beide... Ihr habt beide weniger HP als ich. Ich hab auch schon Trader gekillt. Hinter dir kommt der Kai, verdammt, scheiße. Pass auf, hinter dir kommt Kai. Ja, im Terror. Okay. Sorry, im Terror. Fälschlicherweise als Skype-Titel ruiert. Ja. Gefickt eingeschirrt, junger Freund. Äh. Äh. Haben wir sogar. Haben wir sogar. Hi. Hi. Was? Was war das? Ja. Okay. Was war das? Ampera? Der Noxen ist kundig. Da, was ist? Leben noch. Der Angus... Der Angus ist wiederbelebt worden. Der Angus ist... Vielleicht ist er nicht. Oh, Ampera is it. Hey. Angus wurde wiederbelebt. Angus wurde wiederbelebt. Okay. Shit. Ja, er war Traitor. Ja, Angus rennt noch irgendwo rum. Ja, Entschuldigung, äh, Dingens. Ampera, ich hab... Da ist er. Oh, fuck, sorry. Okay. Ja, Gott. Verdammt! Ey, du konntest dir aber nicht sicher sein. Du hast jetzt auf mich geschossen. Wo, wo, wo hast du denn gesehen, dass ich lieber wiederbelebt wurde, Magus? Im Tabulator. Weil... Das sieht man doch da gar nicht. Was? Sieht man, wenn du nicht mehr auf Confirmed Dead stehst, dann bist du wiederbelebt. Ah, verdammt. Okay, scheiße. Ich hab mich grad schon gebundert. Das war safe, weil, äh, du hast hier diesen Gang aufgemacht und das geht tatsächlich nur, wenn du hier stehst. Forrest? Mhm. Dankeschön. Welchen Gang hab ich denn aufgemacht? Du hast die Tür nach außen aufgemacht. Ich hab noch keinen einzigen Gang hier gefunden. Ich hab einfach mal irgendwas geklickt. Okay. Ja, ja, genau. Und das geht nur, wenn du direkt davor stehst, als Traitor. Okay. Ah, hier sind Waffen. Äh, 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 Alter, ich hab Leben verloren, ich hab Leben verloren, der Wasser. Was? Ich... Ich hab... Der Noxen, der war grad im Traitor-Shop. Der Wacker ist hier. Jo. Oh, toll. Da hat einer eine Bombe-Granate gezündet, deshalb hab ich Leben verloren. Ja, super, danke. So, die Party-Bomb. Hier ist der Angus. Ah, Havaka. Havaka ist das? Oh, nein, nein. Safe Call? Ja. Angus? Ich hab mir durch das Mord-Granate, ähm, ins Gesicht gelaufen und da hab ich mich... Hier war ich ja noch gar nicht. Safe Call! Sorry, ich war gerade nicht mit mir. Weißt du, er sagt Havaka und fragt dann noch nach nem Safe Call. Der wäre nicht mal bis zum Tag... ...gekommen. Seid ihr nicht so sicher, denn es sind alle laufende Errors. Ich denke, Havaka ist ein Safe Call, dass der Traitor ist. Ja, Safe Call Havaka Traitor. Hm. Forrest, No. Er macht ja dreimal da unten, ich geh mal weg. Was ist... Wie kann man hier so Bilder schießen? Auf G. Was für Bilder? Auf G. Oder auf H. Ne, äh, auf Q. Auf Q drücken. Werf ich meine Waffe weg? Werf ich meine Waffe weg? Alike! Duserrenter! Das ist ein interessantes Bild. Oh Gott, Havaka! Hallo! Komm! Lass mich durch! Okay, Magis rennt mir immer noch hinterher. Noxen ist es, Noxen ist es! Ne, jetzt ernsthaft, oder? Ne, ne, der Magis ist bei mir, also das war wieder nur so'n... So'n Magis Original war das wieder. Okay. Ja, das soll ich trotzdem irritieren, weißt du? Natürlich! Dann bin ich versucht, aber wirklich den Noxen abzuschließen. Noxen kriegt dann nachher hier Minus. Äh, da ist er übrigens, der Noxen. Darum geht's mir doch. Noxen ist es, er hat wirklich auf mich geschlossen. Da, schon wieder! Ne, kann überhaupt nicht sein. Ich hab den Noxen grad gesehen, er hat auf niemanden geschlossen. Da kommt der Fehler. Hi! Ja, ja, hi, hi. Fehler ist es. Irgendwann bin ich mal Traitor-Failer, und dann kriegst du's zurück, ey. Das kannst du aber glauben. Habt ihr gehört? Oh mein Gott! Ding! Die Forest ist tot. Dann war's Forest. Ne, die war kein Traitor. Ja. Also ich glaube wirklich, dass es Magis ist. Mal gucken, wenn ich jetzt nochmal hier rumrenne, ob der Fehler immer noch da ist. Was habt ihr getan? Die Dreckssäcke. Ihr kriegt allein auf die Schnauze. Nichts? Äh, zum Glück glaub ich hier, ist keiner überm Weg. So, also, Ingis! Lebst du noch? Ja. Okay, Ingis lebt noch. Magis, lebst du noch? Ja. Hier liegt Blut. Ey, ey, hier läuft mir einer hinterher. Ach, den Noxen. Okay, Magis läuft mir jetzt nicht mehr hinterher. Ey, der jetzt langsam ist der Noxen hier wirklich verdächtig. Äh, ich bin mir da... Ja, ich leb noch. Ey, der Noxen. Ey, der Noxen hat auf mich geschossen. Aber glaub mir ja nicht. Wenn der mir nochmal einmal folgt, dann knall ich ihn ab. Ey, ey, Junge, ey, sag mal gleich. Äh, wer hat der Hover? Ja, bitte behaltet mal den Noxen hier im Auge, ja? Also, ich kann das ja erstmal zumindest schon mal... Warum ist Magis hurt? Weiß ich gar nicht. Magis? Befug weiß ich gar nicht. Äh, Forest wurde getötet. Also, sie könnte Magis gehittet haben. Könnte sein. Könnte sein. Joa, da war grad Magis runtergelaufen. Ja, aber die ist so nicht... Ja, die ist schon länger tot. Ja, und vor allem ist sie kein Traitor. Ja, die ist Magis Traitor. Ja, die ist Magis Traitor. Ja, der war aber schon länger unten. Sag mal, ich hör die ganze Zeit nichts vom Angus. Ich bin noch da. Alles gut. Der Traitor, deswegen sagt er nicht. Ja, das hab ich auch zwischendurch gedacht. Aber ich hab hier noch keine Schildkröten gesehen. Ich glaub, der nutzt auch keine Schildkröten mehr. Im Moment nicht. Aber die... Denkt dran, dass die Forest die auch schon benutzt hat. Also? Die ist aber tot, ne? Oh, der wird geschossen mit der Schrotz. Das könnte er aber eventuell. Nee. Bullshit! Bullshit! Vorne ist der Kai, der hat aber keine Schrotze. Richtig, ich hab nur meine M16. Havaka ist von mir. Havaka, Havaka. Es ist 100 pro auf jeden Fall. Wow! Hier schießt einer. Wo, 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 wo? Fehler, Fehler. Es ist denn hier keine Munition. 100% Fehler, sonst wird Havaka. Ey, hier wird geschossen. Wer geschießt auf mich? Ja, weil du's bist. Du hast mir schrotzhaft Havaka gekillt. Nein, ich bin es nicht. Nein! Du hast gerade Havaka gekillt, natürlich. Ach Gott. Moment, ich werd gerade abgelenkt. Jetzt geht's wieder. Ist es Havaka wegen dir gestorben? Nein. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich muss mich da gleich immer beschweren, weil, ähm, da müsste eigentlich auf der einen Titte was anderes stehen. Oh. Da müsste ein Megastroff schießen. Entschuldigung. Empera schießt. Empera war Traitor. Okay. Empera war Traitor. Wer lebt denn noch? Okay, Noxen und Failer leben noch. Ja. Okay, es lebt nur noch. Failer. Und ich. Alles klar. Scheiße, Mama bist du hingerannt. Ich find dich nicht mehr. Scheiße. Sehr schön. Er wurde schon so oft gecallt. Ja, aber weißt du, es wurde auch schon so oft wieder dann was anderes gesagt und ich kann das nicht mehr auseinanderhalten, sorry. Es ist mit hundertprozentiger Sicherheit tot. Es tut mir leid, aber der Stand ist da und ich musste so ein wenig auslesen. Ich hab das ein bisschen gepausiert und du hast mich eiskalt von hinten abgeknallt. Sorry. Ey, ihr seid alle, was ist denn los bei mir? Ihr seid alle Errors. Immer noch? Ja. Alle? Komplett? Ich auch? Nee, es gibt eins, zwei Leute, die sind nicht als Error, aber Megas und so auf jeden Fall. Noxen ist es. Oh Gott, weg von mir! Ich hol mir hier nur einen Muni, ey. Megas, Megas. Hier ist, ähhh... Das ist der Granatte, Megas. Das ist der Granatte, Megas. Das ist der Granatte. Ja, ich suche mir noch die passende Waffe irgendwie. Wow, Alter, wer war das? Das war der Failer. Nein, ich hab hier noch einen Insta-Konnect. Ja, von wegen. Wirst du, komm, hier. Ganz ehrlich, ich hab grad Bock, um den Headshot zu verpassen, aber dann schießt der Megas wahrscheinlich auf mich. Emperor, geh weg, Junge! Ey! Ich hab zu dir gesagt, dass... Ich hab zu dir gesagt, dass das ein Insta-Double ist. Hallo? Könnt ihr mal irgendwas Vernünftiges sagen, dass ich das weiß, wer jetzt Traitor ist, so? Aua! Pass auf, da muss ich vorher... So, Failer ist hurt. Dem vertraue ich nicht. Ja, ich bin hurt. Ich hab mich selber mit der Insta-Double ist. Megas ist Traitor? Ist klar, ja. Oh, Angus! Nein. Er hat wirklich auf mich geschossen. Hat er mich... Schießt jemand mit einem... Lass euch nicht den Scheiß irgendwie anreden von dem, ey. Ohne Witz. Ey, der schießt auf mich! Der schießt auf mich! Ich hab Emperor gekillt. Ja, der ist süd. Emperor ist tot. Ach, das Blutwurst ist... Emperor ist Traitor. Er hat... Emperor ist gekillt. Hallo? Du hast auf mich geschossen! Ja mit Scheiß! Du hast auf mich geschossen! Ja mit Scheiß! Ja mit Scheiß auf dich geschossen! Oh, der Emperor war Traitor und er ist gestorben. Die Forrest ist auch tot. Seh ich grad auf dem Tabulator. Der Engus sagt nichts mehr. Ich glaub, er ist auch gestorben und die Map hängt. Jupp! Und wir haben wieder einen Disconnect. Awesome! Wir sehen uns gleich wieder! So, da sind wir noch mal kurz. Leider die Map wieder gechanged, weil der Server hatte wieder mal Probleme gemacht. Wir hören an der Stelle auf. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sagt noch mal alle kurz tschüss! Arigabeu! Tschüss! Macht's gut! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschau!